Hallo, mein Name ist Julia Bauer und wir sind hier beim Bestuh Dofe. Ich bin hier für Reiterin und bin ca. seit zweieinhalb Jahren hier angestellt. Neben dem Reiten und dem Ausbilden von jungen Pferdecken möchte ich mich hier auch noch ein bisschen um die Zucht. Die wichtige Person hier in meinem Team ist an erster Stelle meine Schwester, diese Azubi. Sie spielt für mich eine sehr große Rolle, weil die mich immer auch unterstützt und wenn es mal schwierig wird und ich mal kurz einen Nervenzusammenbruch bekomme, sie immer da und spricht mir Mut zu. Würde ich sagen, wer auch noch sehr wichtig ist, natürlich der Olaf. Unser Trainer und Manager darf natürlich nicht vergessen. Denen wird natürlich auch überhaupt gar nichts funktionieren. Jedes Mal mit dem LKW muss auf jeden Fall Red Bull dabei sein, zum Durchhalten, wenn wir ein bisschen länger fahren. Auf dem Turnier ist ganz, ganz wichtig, das Essen. Das steht für mich ziemlich im Vordergrund. Ich fahre immer sehr gerne auf Turniere, wo es sehr gutes Essen gibt. Mein absolutes Lieblingspferd hier am Gestüt ist ein Kundenpferd. Das ist mein kleiner Schimmel Olympic Dream. Ich habe mich bisher von Springpferde bis zur schweren Klasse getragen. Ein bisschen speziell, also wahrscheinlich kann nicht jeder so gut mit ihm umgehen wie ich. Weil er ein kleiner Quatschkopf ist, bin sehr dankbar, dass ich ihn reiten darf und ich hoffe, dass ich auch noch für eine sehr lange Zeit ihn noch weiterreiten darf.